Aber wenn du den Dreier gescheit sorgen musst, dann musst du erst einen D-volle Richtung laufen und dann musst du den Falter umkommen. Aber es ist ganz gut. Das Lach herst du noch nicht. Ich bin da jetzt lang. Also wenn man schnell ist, dann schafft man die Schuhe. Das ist das Problem, weil ich ja so lang schon bin. Dann ist es halt nicht. Wie schön ist der Eingang jetzt für die Schuhe. Ja, weil du den Reifen nicht, glaube ich, ganz schützungen hast. Also bei den Gruppen.